Ja, moin moin, es ist wieder Zeit für Solduri TV, dem Videoformat quasi von dem Solduri Hobby Club aus Neumünster. Ja, was haben wir heute für euch? Ich gehe ein bisschen auf die Vorstandssitzung vom 16.1. rein. Ich weiß, es ist ein bisschen länger her, aber da haben wir noch nichts zu gemacht. Dann werden wir uns natürlich die Kommentare der Vorwoche angucken. Wir werden wieder ein bisschen bei Facebook reingucken, ob da was Neues gekommen ist von uns. Und dann schauen wir uns natürlich die Termine an. Als Hauptpunkt diese Woche haben wir die Kurzspielsystem-Interview-Geschichte, die ich mit meiner goldenen Ehefrau Saphira gemacht habe. Es geht da um Private Eye, ein Rollenspielsystem aus dem viktorianischen Zeitalter. So, ja, dann wollen wir gleich loslegen. Nach dem Intro werden wir die ganze Liste mal abarbeiten. Bis gleich! Ja, da bin ich wieder. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir starten als erstes mit den, ja, ich würde sagen, mit den Kommentaren der Vorwoche. Ich mache mal den schicken Bildschirm aus und blende mal den ersten Kommentar ein. Von Travan1000. Hoffe, mehr Full Thrust zu sehen. Finde es ein echt geiles System. Kann ich verstehen. Leider niemand in der Nähe, mit dem man was machen könnte. Ja, ihr seht, ich habe ihm schon geantwortet. Ja, natürlich ist das immer das Problem. Full Thrust ist ein super, 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 ich sage mal seltenes System. Wenn ihr Interesse habt, so eine Nischensysteme zu pushen, kümmert euch selbst drum. Sucht euch den ortsansässigen Club. Wie gesagt, wir haben auch mal, als wir das damals gegründet haben hier, Solduri, das war so 2005, sage ich mal, ist das aus einer Rollenspielrunde entstanden. Also, es kann ganz klein anfangen. Und dann sucht euch eure Leute. Wir haben irgendwann, zuerst haben wir 40k hier bei mir zu Hause gespielt. Und alles lief hier, bis wir uns dann nachher den ersten Raum gesucht haben und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, nur Mut, kümmert euch drum. Wie gesagt, wie wir immer so sagen, es ist das, was ihr draus macht aus eurem Hobby. Pusht das, geht rein in die Spieleläden, fragt, ob ihr das mal vorstellen könnt. Und geht irgendwie auf Messen, das ist auch so ein Tipp, den ich geben kann. Geht auf vielleicht eine Messe oder einen Con der Ortsansässigen, fragt, ob ihr dort ein Demospiel für das System geben könnt. Und so wächst ganz langsam, wächst dann die Community. Wenn wir da alle ganz kräftig Gas geben bei Full Trust, dann wird das auch was. Und wir kriegen mal ein regelmäßiges Spielen. Nein. Wie gesagt, alle, die in Schleswig-Holstein und Umgebung sind, gerne bei uns vorbeischauen hier. Ne, da. So. Schaut bei uns vorbei. Einmal im Monat wird immer Full Trust was gespielt im Moment. So. Dann gucken wir uns den zweiten Kommentar mal an. Blub, blub. So. Das ist wieder von Gnosselsongs, schräg, schräg, safira. Für den Verein, für den Algorithmus oder so. Ja, vielen Dank. Genau das ist das, was wir brauchen. Also, wie gesagt, viel kommentieren, viel liken, viel abonnieren. Das hilft uns ganz doll, dass wir ein bisschen weiterkommen mit dem Kanal. Wir machen es nicht wegen den Klicks, aber vielleicht kriegt man ja den einen oder anderen davon überzeugt. Oder wir hoffen, dass wir die Idee zeigen, was man machen kann mit einem Hobbyclub. Dass man nach draußen gehen kann, dass man das zeigen kann und was man alles so auf die Beine stellen kann, wenn man sich nur ein bisschen kümmert und sich zusammenschließt und gemeinsam an irgendwas arbeitet. So. Ja. Dann. Blub. So. Blub. So. Dann kommen wir wieder zum nächsten Punkt. Wir gehen einmal ein auf die Vorstandssitzung vom 16.1. Das Protokoll ist bei uns im Discord ja schon eine ganze Zeit veröffentlicht worden. Am 16. quasi wurde es gleich online gestellt. Ich gehe da aber hier auch nochmal drauf ein, das werden wir in Zukunft halt auch noch mitmachen, dass wir diese ganzen Geschichten reingehen. Das ist, ja, klar, es sind Club-Internas. Es ist für den Außenstehenden vielleicht jetzt nicht unfassbar interessant, was da kommt. Soll aber euch zeigen, die ihr vielleicht vorhabt, auch einen Hobbyclub zu gründen oder einen Tabletop-Club oder sowas und wollt e.V.-Geschichten machen. Was für Themen denn überhaupt in diesem ganzen Umfeld so besprochen werden? Was ist Phase? Was ist Fakt? Worum kümmert sich ein Vorstand überhaupt in so einem Verein wie unserem? So. Also, ich spring da mal rein. Blub. So. Da haben wir das Protokoll. Vorstandssitzung, 16. Januar. So. Folgende Agenda gab es. Erstens. Feststellende Anwesenheit, Beschlussfähigkeit. So. Dann hat Stefan berichtet über den verschriftlichen Konsolidierungsplan. So. Dann haben wir eine Rollenbesprechung für Botschafter und Spatenleiter, haben die besprochen. Es wurde eine Rechnung für den Webserver aufgemacht und wurden über Kosten gesprochen. Dann war das Thema Werbematerial und wir haben das Discord-Ticket-System, Moderatoren-Bots stand auf der Agenda und dann der Klassiker Verschiedenes. So. Was haben wir? So. Verschlussfähigkeit festgestellt. Das ist alles Klassiker. So. So. Dann der Konsolidierungsplan liegt zur Unterschrift bei Herrn Buhmann. Das ist unser Vermieter. Mit dem haben wir so eine Regelung getroffen. Dann gibt das Top 3, die Botschafter-Geschichte. Also Botschafter für das Spielsystem als Ansprechpartner für Fragen rund um das System. Das ist quasi der Botschafter, den wir bisher hatten. Oder das ist das gleiche System. Soll es für jedes System geben. Also einen Ansprechpartner, den der Vorstand halt nutzen kann, um, ich sag mal, Interessenten gezielt an jemanden verweisen zu können, der A in der Lage ist, ein Demospiel zu organisieren oder selber durchzuführen. Zweitens einfach weiß, wie die Spielerschaft ist, wann wird sich getroffen und so weiter. Dieses System machen wir schon ein paar Jahre. Das haben wir damals, oder habe ich damals mit eingeführt. Das hat sich eigentlich auch bewährt. So. Dann Spatenleiter. Sollte ein Überblick über die Sparte haben, fliegt die Liste der Botschafter vermittelt an die Botschafter. So, das ist dann halt für jedes, für jeden Bereich. In Airsoft bin ich zum Beispiel der Spatenleiter. Sollte es halt einen Spatenleiter geben, der das Ganze so ein bisschen koordiniert. Also alle Tabletop-Aktivitäten, alle Rollenspielaktivitäten. So haben wir so ein hierarchisches System, mit dem man Informationen schnell weitervermitteln kann, ohne dass immer einer in die Menge reinruft und die Hälfte interessiert es nicht. Das heißt, wir können gezielt die Geschichten ansprechen. So. Dann beim Rollenspieltag, Tag der offenen Tür, die Botschafter koordinieren, haben sie besprochen. Und ein kurzer Spatenleiterbericht einmal im Jahr bei der Mitgliederversammlung, was ich auch eine sehr, sehr tolle Idee finde. So. Dann Top 4 für die Domänen, also unsere Webdomänen. Wir haben halt solduri.de, solduri.org und noch ein paar andere. Also habe ich mal die Kosten zusammengestellt. Bisher habe ich das bezahlt. In Zukunft soll das wirklich über den Verein laufen, weil wir das wirklich trennen wollen. Ich gehe da wirklich komplett mal raus. Das heißt, für die Domänen, die wir so betreiben, sind so 59,52 Euro, die wir da ausgeben für im Jahr. Dann der Webspace wird anteilig von mir kommen, weil sich das einzeln eigentlich nicht lohnt. Das ist Quatsch. Ich habe den Server, also werde ich anteilig halt quasi eine Rechnung stellen an den Verein und gebe da 12 Euro ab. Oder wird dafür 12 Euro nehmen. Das ist für das, was wir brauchen, ist das ein sehr, sehr guter Preis. So. Also ich schlage da auch nichts drauf oder sowas. Keine Sorge. So. Dann Top 5. Es wurde beschlossen, 1500 Visitenkarten zu bestellen zum Verteilen für potenzielle Mitglieder. Preis dafür liegt bei circa 33 Euro. Das liegt jetzt bei mir quasi. Ich muss das Design entwerfen. Da werde ich mich jetzt die Tage ransetzen, sodass wir dann nächsten Sonntag im Prinzip die Visitenkarte präsentieren können. So der Plan. So. Dann haben wir Top 6. Der Vorstand liest sich in das Ticketsystem und die Bots ein. Sobald das funktioniert, werden die Moderatoren gesucht und geschult. Martina hat angefangen, die Solduri-Discord-Server aufzuräumen. Ja. Da werde ich mich auch ein bisschen drum kümmern. Das heißt, da ich schon die Webseite mache und Martina und ich natürlich ideal zusammenarbeiten können, werden wir als Team quasi uns das Ganze anschauen und werden dann in Zukunft oder jetzt die nächste Zeit viel testen und das Ganze rund machen und dann die Discords einfach mal aufräumen und neu umgestalten. So. Dann Top 7. Termin für die Datenbanküberarbeitung wurde abgestimmt. Also es geht dabei um die Vereinssoftware. Da soll eine neue Datenbank aufgebaut werden, die einfach mal von Altlasten befreit ist und die ein bisschen einfacher zu handeln ist, dass viel über die Lauf der Zeit reingekommen, was einfach heute keinen Sinn mehr macht und auf die ganzen Karteileichen mal loszuwerden. Wir müssen regelmäßig natürlich, muss das gelöscht werden, weil du darfst nicht Datensätze ewig aufbewahren. Dementsprechend macht das halt Sinn, das damit zu machen. Wirklich ein absoluter Cut wird gemacht. So. Dann Mitgliedsantrags auf der Homepage zu finden, wird aber noch überarbeitet. Ich weiß nicht, was mit überarbeitet jetzt grob gemeint ist. Ich glaube, wir wollten die Kontoinformationen mit drauf machen. Das muss ich nochmal klären. Wenn der Vorstand zuschaut, schreibt doch mal drunter, was damit konkret gemeint ist. So. Aber wie gesagt, auf dem Server findet ihr unten auf der Seite, auf jeder Seite den Mitgliedsantrag. Oder wenn ihr im Mitgliederbereich klickt, ich zeige euch das mal kurz, so, findet ihr hier. Also es gibt jetzt im Prinzip drei Orte, wo ihr den Mitgliedsantrag findet. Einmal ganz unten gibt es den Mitgliedsantrag. Immer, 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 immer. So. Den könnt ihr auch verlinken. Könnt ihr weiterschicken. Einfach machen. So. Dann gibt es natürlich hier nochmal den Problemmitgliedsantrag. Das heißt, wenn man hier so mouse over, kann man den theoretisch auch direkt auswählen. Und im Mitgliederbereich findet ihr hier natürlich auch den Download für den Mitgliedsantrag. Wenn man das anklickt, dann geht der Mitgliedsantrag auf. Ihr könnt den ausfüllen. Das ist so ein PDF. Und dann einfach an den Verein schicken. Und dann seid ihr so gut wie ein Mitglied. Wie gesagt, erste Monat, zwei Monate sind frei. Schaut euch das Ganze an. Und wir freuen uns über jeden neuen, der Mitglied machen oder Mitglied werden möchte. So. Ja, wie gesagt, das war das im Prinzip von der Vorstandssitzung. Die nächste wird am 13.02. sein. Dann werden wir natürlich auch hier wieder drüber berichten. Denn so, dann als nächstes schauen wir uns mal Social Media an. Social Media ist, habe ich eben schon mal vorgeguckt, relativ dünn. Also ich habe hier am 23. habe ich das letzte Video gepostet. Also den letzten so DoryTV-Eintrag. Das bedeutet, seitdem kann ja jetzt auch nicht wirklich viel gekommen sein. Das heißt, das ist über 40k, haben wir schon beim letzten Mal gesprochen. Also leider nicht viel zugekommen. In diesem Sinne möchte ich nochmal sagen, oder zu diesem Thema, schickt gerne Bilder, wenn ihr spielt. Auch von der Rollenspielrunde. Einfach mal so eine Impression vom Spieltisch oder was. Schickt das gerne an Völke, damit der das bei Facebook reinstellen kann. Und wir ein bisschen zeigen, was wir denn so tun und so machen. Also wenn ihr eine geile Mini habt oder wenn ihr sowas habt, dann schauen wir mal rein. Da fällt mir gerade ein, da wir jetzt nichts haben, können wir einfach mal die Zeit nutzen und uns quasi den Discord, wir schnappen uns mal einfach den Tabletop-Discord. So. Blub, 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 blub. Und dann gucken wir mal rein, was denn hier an Miniaturen so gepostet wurde. Ähm. So. Äh, 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 wir fangen mal da an. So. Fangen wir mal hier, 23. fangen wir mal an. So, dann haben wir hier, oh Gott, das ist ganz wenig schlecht zu erkennen. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal so. Und dann machen wir das so. So, ja, ähm, Marines, ähm, Warhammer 40k von unserem Mitglied Nozi, der so ein bisschen seine, seine Marines bemalt hat und online gestellt hat im Discord. Ich klicke das mal jetzt einfach so ein bisschen durch, äh, dass ihr euch die Bilder betrachten könnt. Kenne ich in der Tat noch gar nicht, die Minis. So, dann haben wir von Tenurion, der einfach mal wunderschön ein paar Elfen bemalt hat, Elfenbogenschützen. Für Age of Sigmar wahrscheinlich oder Warhammer Fantasy. Äh, ich weiß gar nicht, was die noch spielen. Ob Age of Sigmar gespielt wird oder ob immer noch Fantasy gespielt wird. Ich glaube, Age of Sigmar kann auch für ein ganz anderes Spiel sein. I don't know. Sieht mir aber sehr nach 40 Game, also nach GW-Miniaturen aus. So, dann haben wir von unserem Mitglied Fishhead. So, der hat hier auch ein paar Chaos-Kultisten bemalt. Schöne Base-Gestaltung auch. Hier nochmal ein anderes Bild von den Kollegen. Den Helm finde ich geil irgendwie mit dem Horn da dran. So, und dann haben wir noch ein drittes Bild. Das sieht dann so aus. Ja, auch sehr, sehr schön. So, dann haben wir noch von Nachtpfiffel. Ähm, der baut gerade Deadman's Hand Gelände. So, da zeigen wir euch mal was. Der ist gerade hier am Gelände. Das ist so pre-painted. Ähm, ich sag mal, das ist so MDF-Gelände, ohne es genau zu wissen. Aber sieht nach MDF aus. Wenn ich den Holzleim da an der Seite auch sehe. Ähm, ist pre-painted. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ähm, gefällt mir sehr. So, dann haben wir hier nochmal. Da wurde so ein kleiner Größenvergleich gemacht. Zu Deadman's Hand Gip und Infinity. Dass Infinity eben ein bisschen größer ist. Aber auch Infinity passt da ganz gut rein. Ähm, von der Größe. So, dann haben wir, äh, ich weiß gar nicht, TDE. Ich weiß gerade nicht, was TDE ist. Aber hier ein Gorilla von TDE eben. Ähm, Base-Gestaltung fehlt noch. Aber sieht auch ganz nice aus. So, dann Tenurion nochmal. Der, ähm, nam nam nam. Hier so ein paar Bogenschützen auf Pferd. Berittene Bogenschützen auch von den Elfen bemalt hat. Dann haben wir das gleiche nochmal. Auch sehr cool. Andere Perspektive. Schön finde ich auch die Bäume hin. Auch Draht wahrscheinlich. Sieht so aus. Auch sehr nett. So, und dann gestern kam nochmal ein weiteres Gebäude. Deadman's Hand. Der Undertaker. Ohne Beerdigung. Oder ohne Beerdigenden in einem Western-Städtchen. Geht das ja nicht. Das ist der wichtigste Mann da. Ja, sieht sehr cool aus. Gefällt mir sehr. Also, wenn das so pre-painted kommt, da kann schon was mit anfangen. Na, klar. Man kann das hier noch ein bisschen optimisen. Also, optimieren. Man sieht halt immer diese verbrannten Kanten. Aber die passen in dieses Setting halt ganz gut rein, finde ich. Also, gefällt mir sehr das Gelände. Sieht gut aus. So. Das zu dem Thema. So, blub, 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 blub. Machen wir mal alles zu hier. So. Dann haben wir das. So, dann gehen wir als nächstes erst mal, gehen wir auf das Systeminterview ein. Und zwar haben wir ja, äh, so, blub, blub, blub. Ähm, haben wir ja besprochen oder wollten wir ja diese Woche ein Kurzinterview wieder machen. Die letzte Woche Full Thrust haben wir diese Woche, ähm, Private Eye. Das ist ein Rollenspielsystem. Und da haben wir vorhin ein Video aufgenommen mit Saphira zusammen, die uns diese sechs Fragen, die wir mal entwickelt haben, vor zwei Folgen, ähm, beantwortet hat zum Thema, ja, Private Eye. Okay, so, äh, wir machen mal den Bonidor weg, wir machen mal den hässlichen Kevin weg und dann blende ich euch das einfach mal ein. So, das erste Video mit einem Interview, Spielsysteminterview, äh, für ein System, was ich nicht spiele. Äh, äh, letztes Mal war ja Full Thrust als Beispiel, heute haben wir Private Eye. So, Saphira wird uns die Fragen beantworten und ich fange einfach mal an. So, die erste, warum, worum geht es in dem Spielsystem? Ähm, ähm, Private Eye ist ein, äh, Rollenspielsystem, äh, ein, äh, Detektivspiel, angesiedelt im viktorianischen England, äh, also in der Zeit von, im 19. Jahrhundert. So, dann zum, als zweites, so, was braucht man denn zum Spielen? Äh, ja, wie überall bei Rollenspielen, äh, Papier und Stift wäre von Vorteil, äh, und grundsätzlich vielleicht ein Regelwerk pro Gruppe, was man braucht, und, ähm, ähm, ganz wichtig für dieses Spiel ist so ein bisschen, dass man sich mit der Welt auseinandersetzt, also, dass im, äh, 19. Jahrhundert das alles, äh, anders war, wie es heute ist, dass es, äh, äh, andere gesellschaftspolitische Zusammenhänge gab und, äh, auch, ähm, die Technik noch nicht so weit fortgeschritten ist wie heute. So, als drittes, wann wird dein System bei Sorduri denn immer so gespielt? Ja, äh, äh, also bisher weiß ich von einer aktiven Gruppe, ähm, ich glaub, viel mehr gibt es da im Moment noch nicht. Ja, wäre schön, wenn es mehr gäbe. Also fleißig anfragen. So, dann als viertes haben wir die Frage, mit welchen Kosten muss ein Einsteiger denn rechnen, wenn er das System anfangen will? Also, ähm, das, ähm, das, das Rollenspielbuch, äh, eins pro Gruppe reicht, wie gesagt, ähm, hat einen Wert im Moment von 40 Euro, ähm, das wird immer wieder neu aufgelegt, ähm, das Ganze hat ungefähr 50 Seiten Regelwerk und, äh, und, äh, knapp 200 Seiten Hintergrund, damit man sich mit der Welt auch einlesen kann. So, dann kommen wir jetzt zu den subjektiven Teilen der Fragestellung, so, fünftens, was gefällt dir an deinem Spielsystem? Hm, mir gefällt vor allem, dass es, äh, ein, ein Detektivspiel ist. Ich hab Spaß an Rätseln und daran, äh, Hintergründe zu ergründen, also auch, ähm, Krimi-Geschichten auseinanderzunehmen, ähm, ähm, dann, äh, mag ich grundsätzlich die Geschichten um Sherlock Holmes. Die ja auch, ähm, im 19. Jahrhundert angesiedelt sind, genau in dieser Zeit, ähm, und zuletzt ist es dann auch, ähm, der Spaß daran, für mich, ähm, als Frau hat man es immer ein bisschen schwierig in diesem System, weil im, äh, 19. Jahrhundert halt die Frauenrechte noch nicht, noch gar nicht fortgeschritten waren, um nicht zu sagen, ganz weit rückständig. Und, ähm, das in diesem Rollenspiel so ein bisschen voranzutreiben und mitzuerleben, wie sich die Gesellschaft wandelt, das, das macht den Spaß aus. So, und dann als letzten Punkt haben wir, was findest du denn gegebenenfalls nicht so schön an dem Spielsystem, wenn es denn sowas gibt? Ähm, ganz wichtig ist, dass ganz viel ungerecht war zu der Zeit, also wo man als Spieler heutzutage sagen würde, oh Gott, das geht gar nicht, ähm, da muss man halt durch. Also, dass Leute einfach mal verurteilt werden, einfach weil sie arm waren oder weil sie halt, ähm, gerade zur falschen Zeit am falschen Ort waren und ihre Unschuld nicht zu beweisen ist, weil die Mittel noch nicht da sind. Und das einfach zu ertragen ist nicht einfach. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bei dem einen oder anderen Spielsystem noch weiter. Wenn's dann ausreicht, so, ja. Gerne weitere Fragen an mich. Ja, wenn ihr was wissen wollt, immer gerne auf Saphira zukommen, was Private Eye angeht. So, ich geb wieder zurück in den Studio, zum Studio, Kevin. So, zack, da ist er wieder. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kurzen Eindruck gekriegt. Äh, wir gucken auch dieses System uns nochmal an. Ich werd mal gucken, ob ich da mal auf diese Private Eye Runde, ob ich da mal vorbeischauen kann und mal so einen kleinen Schnipsel aus so ein paar Minuten, ähm, Aufnahme oder vielleicht schicken die mir auch was, dass die das selber machen. Das wär halt auch ganz cool, dass man einfach mal sieht, wie sieht denn so eine, so eine kurze Szene in dem Spielsystem aus. Ähm, beim Tabletop ist das natürlich ein bisschen leichter, irgendwie Spielmaterial zu kriegen, als bei einer Rollenspielrunde. Ähm, da muss ich gucken, ob ich das hinkriege, aber ich werd das mal versuchen. So, ja, das zu dem Thema. Dann gucken wir als letzten Punkt diese Woche. Folge ist auch schon wieder 23 Minuten lang. Wir schauen uns mal die Termine dann der nächsten Woche an. Ähm, zack, da machen wir uns das einfach mal auf der Webseite auf. Wie gesagt, oben Termine auf der Seite könnt ihr in die Termine reingucken. Da haben wir noch gar nicht so furchtbar viel drin im Moment. Das heißt, wir haben am 31. Januar, das ist, äh, der Dienstag, die Drach-Baschler-Gruppe, die ist jetzt, spielt jetzt hier bei mir, weil die ist mit Drachen, ne? So, einmal hab ich's hingekriegt. So. Das heißt, die Spieltier in Lernförden ist soweit voll, ähm, ist DSA 4.1. So, dann haben wir am 1. Februar, das ist der Mittwoch, haben wir dann eine ganze Menge. Das heißt, erstmal spielt die Wechselgruppe, ähm, wir haben X-Wing auf dem Programm, das heißt, äh, Tabletop im Clubraum. Und wir sind beim Mittwochsmalen, ähm, auch im Clubraum. Ab 19 Uhr geht das beim Malen los. Ab 18 Uhr startet schon X-Wing und um 19 Uhr startet die Wechselgruppe. So, dann haben wir als letzten Termin für die kommende Woche, ähm, um 19.30 Uhr am 4. Februar, das ist der Samstag, haben wir quasi die Gründergruppe, also die Solduri-Gruppe, ähm, spielt auch DSA 4.1. Da werden wir weiter in das Abenteuer starten, was wir neu begonnen haben. Ist soweit auch voll, die Gruppe. So, ja, das zu dem Thema. Also, wo ich natürlich von ausgehe, ich gehe mal stark davon aus, dass es auch wieder Infinity geben wird, das ist nur noch nicht eingetragen. Ähm, geht mal davon aus, dass Dienstag und Donnerstag wieder der Infinity-Team-Event dazu kommt. Ähm, ja, Summoners oder die Wrestling-Nummer sehe ich jetzt so noch nicht. Ähm, die, ich weiß nicht, ob das stattfindet. Ähm, guckt im Laufe der Woche einfach nochmal rein, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, habt keine Scheu, außer bei den privaten Treffen. Also, alles, was im Clubraum stattfindet. Da könnt ihr einfach vorbeischauen, sagt nett Hallo, guckt euch das an. Ähm, keiner beißt. Ihr könnt euch das einfach mal anschauen. Was machen die denn da? Wie gesagt, Clubraum ist in Neumünster, Ehendorfer Straße. Ähm, 195, quasi neben Penny. Wie in Neumünster, Schleswig-Holstein. Ähm, wie gesagt, schaut euch das an und stellt Fragen. Das ist, oder unter das Video. Denn wir sind schon wieder am Ende und daher wieder die Aufforderung, kommentiert, wenn ihr was besprochen haben wollt. Kommentiert, wenn euch was nicht gefallen hat an der Folge. Kommentiert auch, wenn ihr, weiß ich nicht, etwas ganz besonders toll fandet. Würde mich freuen, wenn ich da so ein bisschen Feedback kriege. Ähm, wir sind natürlich auch immer froh über jeden Abo oder jeden Follower, den wir haben. Ähm, wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag mit der nächsten Folge. Ähm, Spielsystemvorstellung weiß ich noch gar nicht. Die muss ich erst einsammeln. Ich habe jetzt keine mehr parat, weil ich ein paar Tage out of order war. Ähm, mal schauen, was ich die Woche mal einsammeln kann an Videomaterial. Ähm, ich versuche mal einen X-Winger zu kriegen am Mittwoch, dass wir vielleicht nächste Woche X-Wing mal machen können. So, in diesem Sinne melde ich mich ab. Ich bin raus. Na, und bis nächsten Sonntag. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Itís alles. Tschö, tschö.